...bestimmter Farbe, was mit dem Fraunhofer in den Linden zusammengefahren werden kann. Auch wenn Jürgen Fraunhofer das niemals hätte ahnen können, in einer Beobachtung der dunklen Linden war er einer der ersten Menschen, die einem sicheren, inneren Aufbau der Materie geworden haben. Heute vor 200 Jahren hat Jürgen Fraunhofer... ...vielle� Ich hatte nichts mehr im Publikum, ich hatte nichts mehr, ich hatte nichts mehr, ich hatte nichts mehr. Und so, ich entende Jacques, das ist eine sehr persönliche Emotion, sehr spezielle, sehr spezielle. Jacques Villeray war hier ein Jahr. Ich habe hierhin schon ein bisschen gespielt, bei Marcel Tasson-Court, ich erinnere mich. Er hatte bereits eine Pratike im Theater, ein sehr guter Faltballer. Er hatte keine Physik von Cantona, die in den Film war, aber er hatte eine gute Technik. und er hatte einen kleinenなた Nordost 4, Denglischer Kanal Ostheim, Nordost 4, zunehmend 5, Denglischer Kanal Westheim, Nordost 4, zunehmend 5. Nordost 6, zunehmend 5, 3, v1, zunehmend 5, 4, zunehmend Grapes End in Kent, where temperatures tops 20.5 C. In Northern Lanarkshire though for Scotland we saw temperatures at just 6 stages and 17 Es ist ein paar Spiele, aber in Suffolk, Wattersham saw 10.7 hr. So, auf den Forecast. Well, things will be a little bit cooler for the rest of the week, but stay down across the country. And it's going to be introducing a little bit more in the way of cloud across England and Wales. So, the forecast for the whole of England and Wales first off. We have got that cloud heading in through the overnight period from the north, bringing a few spots of drizzle with it too, but many places predominantly dry. Monday will be a different feeling day for England and Wales. Rather more cloud, so much grayer skies, not as warm as we saw on Sunday, and a rather more breezy day too. like with a few reports that are India and as much lighter as the buns. Big deals as move on. I mean, there are still a hundred. Girlfriend and Hangari, but I am about to look at it all course with the Jerusalem Andrus, touricar nation, or elsewhere in the west of intuition and south. Challenger, Mr Utsin, because it's a greatérience. Das war's. 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 ... alles ... ... ... ... ... Und dann haben wir auch, wenn wir die Gitarre haben, die wir auch hier haben. Amen. 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 Das muss man aus Putin zur Rücksicht nehmen, weil er sehr verträgt der parisischen Mehrheit zumindest ist, auch wenn er das gar nicht gern gesehen hat. Sie hören das Interview der Woche vom Deutschlandfunk heute mit Hannes Swoboda, dem Vorsitzenden der Fraktion der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Lassen Sie uns, Herr Swoboda, noch über ein anderes Thema reden. Am Freitag haben nun auch die europäischen Volksparteien... ...eine Kampagne gegen ihn. Die israelische Armee hat im Roten Meer einen Fraktor aufgemacht und an Bord 40 Raketen gefunden. Nach Angaben des Militärs hatten die Raketen eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern. Außerdem seien weitere Waffen gebunden worden. ...den Angaben zufolge eine Lieferung Irans für den Gazastreifen. Der Iran weist die Vorwürfe zurück. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 3%-Klausel bei Europawahlen hat sich FDP-Chef Lindner für den Erhalt der 5%-Klausel bei Bundestagswahlen eingesetzt. Absolut, wir haben. Wir waren sehr ähnlich. Wir waren 8 und 9, die beiden waren. Und das war die Momentum. Wir gingen von Palm Beach. Wir sahen wie wir gewinnen. Ich promise Sie. All das letzte Abend. ... und es war ganz einfach. Das war's. Wir waren sehr sehr. Wir waren sehr. Die Heir, die Erklärung war, hatte ich ein wenig, mit dem Erinnerungszeichen. Die Erinnerung war sehr, sehr sehr, 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 sehr. Die Erinnerung war sehr, 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 sehr. Die Erinnerung war sehr, 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 sehr. Sie haben auch viele Erinnerungen. Aber wir hatten andere Ideen. Und wir haben, wir haben das gemacht. Wir haben wieder gemacht. Aber wir haben andere Ideen. Natürlich wäre es toll, hätten wir 50 Prozent. Es gibt amerikanische Wahlen, wo es auch sehr geringe Wahlbeteiligung gibt. Na gut, die machen wir uns nicht zum Vorbild. Die machen wir uns zum Vorbild. Gut, wenn wir einen Präsidenten wie Obama bekommen würden, wäre nicht so schlecht. Aber man soll das aber nicht nur daran sehen. Es kann eine hohe Wahlbeteiligung gehen, wenn wir alle nachdenken. Wichtig ist, dass die Parteien der Mitte, dass die gestärkt werden und dass die Parteien gestärkt werden, die zwar pro-Europäisch sind, aber auch etwas machen wollen, dass Europa wieder stärker bei den Menschen verankert wird. Herr Svoboda, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr gerne.